Ja, ich bin ziemlich weiß von euch entfernt. Ah, du bist direkt neben mir. Pass mal auf, Alter, ich komm jetzt mal. Pass mal auf. Fahr nicht in mich rein, Alter. Ja, wer im Einer glaubt, einer glaubt mein Auto, Alter. Steht hier irgendwo in der Stadt rum? Mann, das ist gut. Da ist die ungefähr. Ich komm jetzt. Ja, hier, bei dem Laden, ja. Schau her. Da komm ich. Boah, voll gelandet. Easy. Ja, ich weiß nicht, warum ich ne Glotze habe. Was steht da oben? Ist das dein Auto, Körper? Also für ne scheiß Lackierung. Die ist matt. Warum ist die Motorhaut, wenn das Dach weiß? Ja, die ist mattweiß. Sieht hier kacke aus. Ich hab's nur ein Auto, was da hinten ist. Ja. Ey! Gib meinen Wagen wieder her. Warte, wer ist mit dem vierten Ding da? Ey, lass mit dem Ding da abhauen. Ja, du haust mit dem ab, und ich hau mit meiner ab. Ich bin hier schief. Und weg ist er. Ey, wie nices Ding. Das fahr' auch schnell. Ja Batu, wie lange brauchst du? Ja, ich bin ja unterwegs, aber ist halt der irgendwo am Anus fällt. Und dann mach ich doch den Job, was der 7 Millionen angeboten hat. Seht ihr, ne? Wie sehe ich beim Berg noch? Habt ihr das schon mit dieser Verfolgungsjagd gemacht? Habt ihr das auch bekommen? 7 Millionen Verfolgungsjagd. Pass auf, Alter, jetzt komm ich wieder. Ich mach kurz nen Deep-Jump, Alter. Warte doch, war das eh da. Aber jetzt Batu kommt, Alter. Ich glaub schon da, was soll ich machen, wenn ich das wegkomme? Warte mal, jetzt komm ich erst mal. Mit dem LKW übern Berg geprescht. Oh shit, ich rutsch ab. Okay, Mann. Alle herschauen, ich komm. Pass auf! Das kann ich gar nicht alleine starten, oder wie? Was geht? Boah! 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 Scheiße! 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 Alles mega in die Luft! Alter! Alter! Gebraucht nicht kommen, ich kann alleine starten. Easy! Da bin ich wieder. Alter! Boah! Der Reifen ist geplatzt. Ja, dann lass mal machen, Alter. Ohne ist scheiße. Ich brenne, Alter! Ja, macht noch. Komm, wir gehen ohne. Jetzt nehmen wir. Oh je. Ihr habt verloren, wenn alle Spieler in dem Team sterben. Ja, diesmal darf ich mich nicht töten, Alter. Nein, nicht, mich nicht töten! Ich habe eine Familie! Okay, mein Spieler, ich schreie den an! Okay, mein Spieler, ich schreie den an! Ich kann auch hier weit fahren. Ich bin hier in der Hohen, so ein Tötiger, Alter. Wer soll dich mal beeilen, der Wichser? Weg hier! Ich kann nicht fahren! Ah! Gas, Junge! Wer hat das Geld bekommen eigentlich? Wer hat das Geld bekommen? Doch, Tief! Ich nicht! Ja, Tief! Doch, Tief! Wie viel hast du bekommen? Ich weiß gar nicht wie viel! Ja, du kannst eh, das steht, ähm, das Geld vom letzten Job teilen. Wie mach ich das? Ich will jetzt erst in Deckung sein, oder? Ja, halbmal, ähm, back gedrückt, oder so. Aber ich glaube, das können wir erst in Deckung sein, oder so. Sich selbst umbringen, ist 500. Alter! Ich muss in die Stadt rein! Na, ist der mir angeschlossen? Hast du Schuss nicht gehört? Nee, die kann ich noch nicht kaufen. Ich brauche erst ein Level dafür. Die Scheiß-Tür geht mir auf den Sack. Ich r relaxed! Ich weiß gar nicht! Ich weiß gar nicht! Alter, Alter ist echt riesig! N-n-n-n-n-n-n-n-n! Mitten ab Alles bleibt stehen, oder? Alter, ich häng dran Ey, wir sind doch hier unten in Sicherheit, Alter Die Tür ist noch immer dran Du musst das Geld Du musst Back drücken Und dann äh Warte mal Back und wo ging das nochmal? Inventar Äh, ja Inventar, Bargeld und dann Bargeld aus letzten Jobteilen Ja, wieviel Prozent jeder? 33, 30 Prozent Ja, ja Da hab ich 40 Da hab ich 40 300 Euro Ja, ich hab 700, also minus 758 Aha Also ich hab euch beiden 30 und ich hab 40 Ja, da hab ich wieder Polis Dann lass gleich den nächsten Bankraub machen, Alter 3 4 5 5 7 8